Als dann zwei erfahrenen Hände geben worden sind, oder vier, weil ihr seid ja zu zweit. Dann ein wunderschön herrliches Willkommen bei Kreta Barcamp 2022. Wer seid ihr? Wir sind Christian und wir sind vom Kanal Christenko und haben jetzt hier beim Parabol, sind wir jetzt seit vier Jahren dabei. Was für Erwartungen habt ihr denn mitgebracht für das Barcamp? Also für das Barcamp haben wir jetzt nicht ganz so viele Erwartungen mitgebracht, weil ich gewusst habe, dass es immer wieder toll wird. Vor allem, weil es dann zwei erfahrenen Hände geben worden sind, oder vier, weil ihr seid ja zu zweit, also du und Sonja. Und wir sind auch noch viel mehr. Klar, ihr seid da noch viel mehr, aber ihr, so jetzt für mich jetzt als Außenstehender, wo es von Heilbronn hier hochfährt, seid ihr erstmal die zwei Personen, wo ich immer wieder erstmal sehe. Und dann kommen immer wieder weitere dazu. Ich habe immer gewusst, dass es toll wird. Ja, der Tag neigt sich auch schon langsam wieder zu Ende. Ja, der Tag, wenn die vielleicht mal in der Woche, Sonja, vielleicht mal in der Woche machen, Barcamp. Wäre nicht schlecht. 10 Uhr ist ja schon dabei, viele andere auch. Ihr habt mit vielen anderen auch schon besprochen, der Quatsch. Aber ihr seid auch selber in Gruppen zusammengekommen. Welche Gruppen habt ihr denn besucht, Setten? Also wir hätten zuerst die Gruppe Gaming News Cat. Da könnten wir ein bisschen so drüber quatschen, was man bei der Gaming Szene so alles jetzt machen kann, verändern kann. Und auch, und gerade jetzt unser Setup fürs Gaming mäßig, wie man das auffrischen kann. Dann waren wir noch beim, ähm, bei dem Gründungsthema dabei, wo es dann halt darum ging, okay, was, was kannst du da alles machen? Welche Rechtsform brauchst du am besten, dass du, ähm, dass du da die richtige Schiene dann drin hast? Aber was macht ihr so, äh, allgemein, wenn ihr, ja, auf eurem Kanal, ähm, ja, berichtet und nicht mal auf einem Barcamp seid, wie hier? Also wenn wir jetzt nicht hier auf dem Barcamp sind, dann sind wir meistens unterwegs, zum Beispiel Freizeitpark. Da haben wir mal vor ungefähr einem Jahr, gerade in der Corona-Pandemie, haben wir dann gesagt, wir nehmen zwei Familien mit, laden zwei Familien ein in den Freizeitpark Trips drill und die durften dann da alles fahren. Komplett umsonst, durften alles machen und es war einfach ein schöner Tag. Wo wir auch alles dann sind, ähm, Gamescom ist einmal im Jahr, wo wir da hinfahren oder auch bei uns unten auf, beispielsweise Südberg. Südberg ist eine Bäckerfachmesse für Bäckereien und Konditoreien, wo wir da einfach hingehen und mal gucken, was so da alles passiert. Aber hauptsächlich, wo wir unterwegs sind, sind halt für die Unternehmen, wo wir dann Videos produzieren, damit die dann nämlich ihre Mitarbeiter gewinnen können dadurch. Was habt ihr aus dem Barcamp je mitgekommen? Da hast du uns jetzt eine schwierige Frage gestellt, aber da gibt's, sagen wir mal, eine einfache Antwort, sehr, sehr viel, sehr viel Input, sehr viel, was wir auch sagen können, Hey, wir haben jetzt in den, sagen wir mal, in den paar Jahren ein paar Fehler gemacht, damit können wir die jetzt auch wiederum ausbessern und wissen auch, was wir in der Zukunft alles noch verändern wollen, verwirklichen wollen. Gerade zum Beispiel, ähm, wenn ein Kanal dann gar nichts mehr abwirft, sagen, okay, ich muss den abstoßen und mache einen neuen Kanal auf. Oder, dass man auch da guckt, dass man da keine Fehler einbaut, dass man da immer wieder neuen Content produziert und immer wieder Stück für Stück hochlädt und dann sich nicht nur auf ein spezialisiert, sondern auf mehrere Plattformen gleichzeitig versucht zu machen, damit man alles gut abdeckt. Dann, vielen Dank für dein Interview und dann euch noch viel, viel, viel Erfolg auf dem Kreterbacken. Dann, vielen Dank für's Zuschauen.